das ist ja von der roten beenden alter übelst wie so eine fliege ja ja wie es liegt ja eine runter ja wie geht das ja das frage ich mich auch die kammer zu schnell flattern verarschen uns doch alter ja aber richtig ja Okay. Opa, hier oben sind weicher. Aha. Also, was heißt oben? Äh... Richtung Olymp. Ah, okay. Sobald ich da oben habe, habe ich gesehen. Nur gülliger. Was? Oh... Hä? Das war alles kaputt gemacht. Was ist eine Them? Ich bin eigentlich auch nicht übel. Dann bin ich halt. Komm mal groß klatzi. Yes. Okay. Habe ich ja gerade Schritte gesehen. Hm. Hm. Ich merke. Ja. 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 Wir waren aber schon. Okay. Wurde ich sagen. So rein siehst du das? Naja, weil ja Zeug rum liegt. Oder unter der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ich dachte den haben sie kaputt gemacht. Hm. Hm. Ja, ich freue mich. Wurde ich dich, was ist das, was ich es machte. Ja. 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 Na ja. Ja. Ja, es war so wichtig, es ist okay. Was sind die Schalken? Mhm mount olympus haben sie gerade dass die plakette geholt so die kasse schon luft haben wir ja du ich habe noch grüne wachen und einer eine legendäre ich habe ich 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 habe mich bei einer chance hier die winden wieder dahinten die plattform zu kommen so ja schön das moped parken hier oben so weit ja ja das ist ein schönes stück bringt uns den tod der wind wieder ist da haben wir nicht nur mit dem weg auf dem jahr Geil. Haha. Hm. Jetzt muss ich hier holen, wo ich einsehe. Und jetzt auch noch in die Teile. Hm. Na ja. Na ja. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Geil. Was sich umdreht. Geil. Haha. 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 Ja. 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 Mann, leck mich doch mal raus. Das kürzt jetzt. Eventuell. Ich sehe mich schon mal Tränen in die Augen. Ich habe noch nicht einen erschossen in die Runde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann wird mein überlebischer Sieg. Dann kriegt jeder seinen Kill. Ohne jemanden zu töten, geil. Nee, die zwei letzten erschießen wir. Oder so. Ja, das reicht ja auch. Ach so, man. So, man, ja, mal Aufträge gucken. Was gibt's denn schon, wenn das... Ähm... Ich halte auch kein... Komm schon, einer. Oh, leg eine Distanz zurück. Okay, wir fehlen uns noch knapp 7.000. Ui. Okay. Hmm. was ich irgendwo raus gesetzt kann erbsten haben ja erbsten haben wir sehen es geht man sieht nicht man hört nicht wo sie die eile gibt es doch gar nicht da ist einfach direkt vor uns was geld was ja auch so erbt Das ist ne Erden. Ja, dann fahren wir mal hin irgendwo. Nicht sinnig. Oh hier, die Spitze runter. Geil. Das wird ersprungen. Naja. Ich hab gleich den Weg. Ja. Ja. Die ist besser. Ja, ja. Mein Schlerender meyer. Oh, hier vorne am Bunker. Ach ne, das sind Huhn. Ja. Da drüben am Friedhof. Ja. Ja. Ja, da oben. Geil. Das ist doch von hier. Ja. Du gehst erst in den Bunker. Ja. Boah. Hast du einen umgebracht? Genau, ich kann fallen. Okay. Okay. Noch irgendwas zu fallen. Nice. Ja. Ja. wo sind sie immer noch oben auf dem damenfriedhof oh ja scheiße ich hole noch schnelles moped was war ein pass übelst gelieckte ich habe ich ja wohl okay weiß warum nicht erst noch immer herr kommt in ja auch ein dach ist immer ein geschenkt das nicht das ding ja wo ich besser ist und hier liegt die plakette aufgehoben ja hier würde ich sagen ja bleiben ja erst mal hier jetzt kann man schon mal los ja auch dabei ja auch wenn ich habe das wäre ach so was sind das die zwei steigen ja die müssen wir holen ja wir holen wir auch zu sehen kann gar nicht anders sein eigentlich nicht ja im high ground was willst du mehr und da fliegt noch eine brücke sind unten wir müssen auch bereits ein bisschen ohne brücke sind ja schießen pass auf Oh, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Scheiße. Komm, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin. Oh, einen hast du. Komm. Komm, 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 komm. Ja, geil. Ja, geil. Geil, nur gut, dass ich noch einen Schuss in der Schrotflinte hatte, Junge. Der muss ja wohl noch treffen. Geil. Ach, Mann. Endlich. Ey, was stand da aber auch Deppert neben mir? Erst, als ich dich, ich wollte dich ja noch weiter aufheben. Ja, irgendwie. Oder zwei. Das hat eine halbe Sekunde gewartet. Ja. Alter, geil, geil, geil. Ja, ja, ja. misunderstood. Ja, ja, ja. Nein, wir Eltern,írdaa, bis dahin. Jeez,incarnal. Ja, ja. Äh, ja, ja. Nein, ich nails mal Pacl Marty, Schuldi.